3 Ladungen Q1 von 1 Picocoulomb, Q2 von minus 1 Picocoulomb und Q3 von 2 Picocoulomb befinden sich jeweils an den Punkten A mit Koordinate 0,0, B mit Koordinate 8,0 und C mit Koordinate 3,2 in einem orthonormierten Bezugssystem der Ebene mit Längeneinheit 1 cm. Wie groß ist die Stärke der elektrischen Kraft, die auf Q3 wirkt? Wir schreiben zuerst die Angaben. Die Ladung Q1 beträgt 1 Picocoulomb, also 1 mal 10 hoch minus 12 Coulomb. Die Ladung Q2 beträgt minus 1 Picocoulomb, also minus 1 mal 10 hoch minus 12 Coulomb. Die Ladung Q3 beträgt 2 Picocoulomb, also 2 mal 10 hoch minus 12 Coulomb. Um die Frage zu beantworten, werden wir natürlich die Formel von Coulomb einsetzen. Wir konstruieren zuerst diese Kraft F13, mit der die Ladung Q1 diese Ladung Q3 vom selben Vorzeichen abstößt. Hier ist die Kraft F23, mit der diese negative Ladung, diese positive Ladung anzieht. Die Resultierende dieser zwei elektrischen Kräfte, das ist die Kraft, deren Stärke wir suchen. Zuerst schauen wir im Dreieck CEF. Diese Seite R im Quadrat können wir berechnen durch die Cosinusregel. Diese Seite R im Quadrat ist gleich zu F13 im Quadrat plus F23 im Quadrat minus 2 mal F13 mal F23 mal Cosinus von diesem Winkel, der dieser Seite R gegenüberliegt. Wir müssen also F13 berechnen, F23 berechnen und Cosinus von Alpha berechnen. Beginnen wir mit F13. Laut dieser Formel von Coulomb gilt F13, das ist die Konstante K0 mal das Produkt der Beträge der zwei Ladungen Q1 und Q3 geteilt durch das Quadrat der Distanz zwischen diesen zwei Ladungen Q1 und Q3, also diese Distanz AC. Wir kennen hier alle Größen außer AC, aber diese Größe können wir sehr schnell in diesem rechtwinkligen Dreieck herausfinden. Der Satz des Pythagoras besagt, dass AC² gleich ist zu 3² plus 2², also ist AC die Quadratwurzel von 9 plus 4, also die Quadratwurzel von 13. Aber Vorsicht, die Einheit in der Zeichnung ist Zentimeter. Wir müssen also diese Zentimeter in Meter umwandeln. Ist gemacht. Jetzt können wir F13 durch dieses Produkt berechnen. Wir ersetzen K0 durch 9 mal 10 hoch 9, den Betrag von Q1 durch 1 mal 10 hoch minus 12, den Betrag von Q3 durch 2 mal 10 hoch minus 12 und die Distanz AC durch Quadratwurzel von 13 mal 10 hoch minus 2. So finden wir für F13 1,385 mal 10 hoch minus 11. Wir halten diese Zwischenantwort hier fest. Die Stärke F13 beträgt 1,385 mal 10 hoch minus 11 Newton. Jetzt suchen wir die Stärke F23. Das Gesetz von Coulomb ergibt F23 ist gleich zu K0 mal das Produkt der Beträge von den Ladungen Q2 und Q3 geteilt durch das Quadrat der Distanz zwischen diesen Ladungen Q2 und Q3, also der Distanz BC. Das Einzige, was wir hier nicht kennen, ist dieser Abstand zwischen B und C. Aber der Satz des Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck BDC liefert sofort die Distanz zwischen B und C, das ist die Quadratwurzel von 5 Quadrat plus 2 Quadrat, also die Quadratwurzel von 29. Aber Vorsicht, die Distanz sind hier in Zentimeter angegeben, also müssen wir diese Distanz in Meter ausdrücken. Jetzt können wir in diesem Produkt alles ersetzen und finden somit, dass F23 gleich ist zu K0 ist 9 mal 10 hoch 9. Der Betrag von Q2, das ist 1 mal 10 hoch minus 12. Der Betrag von Q3, das ist 2 mal 10 hoch minus 12. Und die Distanz BC ist die Quadratwurzel von 29 mal 10 hoch minus 2. Und somit finden wir für F23 6,207 mal 10 hoch minus 12. Diese Zwischenantwort halten wir hier fest. Die Stärke dieser Kraft F23 beträgt 6,207 mal 10 hoch minus 12 Newton. Jetzt suchen wir noch den Cosinus von Alpha. In diesem Dreieck ABC erkennen wir, dass der Winkel ACB genauso groß sein muss wie der Winkel CEF, weil das ja zwei Stufenwinkel sind. Also ist diese Öffnung Alpha. In diesem Dreieck ABC ergibt die Cosinusregel, dass AB² gleich ist zu AC² plus BC² minus 2 mal AC mal BC mal Cosinus von Alpha. In dieser Gleichung können wir AB ersetzen durch die Distanz zwischen A und B, das ist 8, aber Vorsicht, das sind 8 Zentimeter. Also müssen wir AB ersetzen durch 8 mal 10 hoch minus 2 Meter. Wir ersetzen AC und BC da und da durch die geraden gefundenen Werte und somit finden wir diese Gleichung, die als unbekannte Cosinus Alpha hat. Wir können diese Gleichung durch 10 hoch minus 4 teilen, denn 10 hoch minus 2 mal 10 hoch minus 2, das macht 10 hoch minus 4. Und so stoßen wir auf diese Gleichung mit unbekannter Cosinus Alpha. Somit ist Cos Alpha gleich zu diesem Bruch, das heißt ungefähr minus 0,56653. Auch diese Zwischenantwort halten wir hier fest. Jetzt brauchen wir nur noch F13, F23 und Cosinus von Alpha durch diese Werte zu ersetzen. Somit finden wir, dass R² gleich diese Zahl ist. Der Taschenrechner findet für R² 3,27755 mal 10 hoch minus 22, also ist R die Quadratwurzel davon, das heißt ungefähr 1,81 mal 10 hoch minus 11. Letztendlich haben wir die Stärke dieser elektrischen Kraft gefunden. Sie beträgt ungefähr 1,81 mal 10 hoch minus 11 Newton.